Und ich habe gesagt, ich habe mich wieder, also ich habe mich wieder gefragt, weil ich habe Und ich weiß, dass ich vielleicht auch keinen Fehler machen und ich weiß jetzt an wen ich glaube und dass ich einen richtig Weg gehen will, aber... Also mit anderen Worten, was Islam selber angeht, die Botschaft, du glaubst, du bist überzeugt, dass es die Wahrheit ist, so verstehe ich das. Aber du bist halt unsicher, dass du, wenn du den Islam angenommen hast, dass du danach Fehler machst, ja? Okay, ich bin ganz sicher, wenn du Islam annimmst, du wirst Fehler machen. Weißt du warum? Weil ich auch Fehler mache. Jeder macht Fehler. Das ist eine ganz normale Sache. Ja, weil ich halt auch mal alleine lebe und keine Unterstützung habe. Guck mal, Guck mal, Inshallah unterstützen wir dich. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder so, ja, wir können dir auf jeden Fall helfen, das ist gar kein Problem. Ich halte das, guck mal, die Menschen alleine nehmen, dass ich das alles machen gehe. Guck mal, guck mal, selbst wenn du es nicht hinkriegst, wenn du es nicht am Anfang schaffst. Guck mal, am Anfang, wie ich ganz am Anfang Muslim geworden bin, ja? Erste Zeit. Ich habe am Anfang zum Beispiel mal ein Gebet verpasst, dann habe ich abends dann die Gebete nachgeholt und so. Ich habe fünfmal am Tag gebetet, aber halt die Zeiten oft nicht eingehalten, ja? Weil man muss sich erst mal daran gewöhnen. Wenn jemand zum Beispiel irgendeine Arbeit macht, wenn er irgendeine Arbeit macht, der muss auch erst mal, der muss sich auch erst mal damit beschäftigen, erst mal stark werden. Ja, genau. Deswegen, du willst das machen? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das ist vom Scheitan. Du kannst das. Du kannst das. Guck mal. Wichtig ist, normalerweise, wenn du sagst, ich glaube, das ist die Baalwirtschaft wahr. Ich glaube, es ist kein Gott, nur aus Allah. Und ich glaube, das ist Mohammed, der Gesandt Allah. Dann ist die Sache sowieso klar. Dann brauchst du das, dann drückst das aus. Wenn du heute stirbst zum Beispiel, sind erst mal alle Sünden vergeben, ja? Und dann arbeitest du an deinen Fehlern. Wir haben alle Fehler. Ich bin am Anfang an die Disco gegangen. Ich habe es damals genommen. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ja, okay, ich mache ja jetzt nichts falsch. Ich trinke keinen Alkohol. Ich habe keine Freundin oder so, aber ein bisschen tanzen ist doch kein Problem, ja? Ich habe keine Ahnung gehabt. Das ist ja normal, ja? Ich habe aufgehört einen Alkohol. Ich habe auch eine Zeit lang Alkohol. Jetzt habe ich auch aufgehört drei Monate. Ja, super. Guck mal, da hast du schon vieles. Ich bin auch schon einen Schritt gegangen. Nur halt. Deswegen, guck mal, wenn du daran glaubst, soll dich nichts daran hindern, Islam anzunehmen. Wirklich. Deswegen, ich schlage dir vor, nimm das jetzt an und dann arbeite. Du hast auch Schwestern dabei, die dir helfen. Guck mal, Fehler macht jeder. Vielleicht hast du mal... Es gibt immer Hoch und Tieks, aber du bist erstmal im Bereich der Rettung drin. So wie du jetzt bist, wenn du so stirbst, hast du sowieso ganz schlechte Karten, ja? So, aber wenn du so stirbst, hast du Islam angenommen und hast einen oder anderen Fehler. Allah sagt im Kran, Suche 4, Vers 48. Er sagt, innallah la yaufiru ayyushrakabi wa yaufiru maduna dhalika limayya shaykh. Er vergibt alles außer Schirk. Das Schirk ist, auch wenn man die Religion nicht annimmt. Deswegen, wenn du erstmal Islam angenommen hast, sagst du glaubst daran. Du wirst auf jeden Fall ins Paradies irgendwann reinkommen, wenn du so stirbst. Aber so bist du ganz voll und was besser? Schlechte Sachen machen und vielleicht erstmal bestraft werden oder für Ewigkeit in die Hölle? Was ist besser? Ja, natürlich. Also, dann nimm Islam an. Dann nimm Islam an. Bist du bereit? Ja, ich sag das nur, dass ich das mach jetzt, weil die anderen das auch machen. So, weil ich ja eigentlich schon... Also, ich hätte das jetzt nicht von alleine gesagt, dass ich das mache. Okay, okay. Willst du Islam annehmen? Oder machst du es wegen den anderen? Nee, nicht wegen den anderen auch. Siehst du? Also, guck mal, das war grad... Ja. 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 Ja, aber sie hat gesagt, beim ersten Mal wusste sie gar nicht, was das ist. Ja. Aber jetzt weißt du, was das bedeutet. Das ist etwas anderes. Deswegen war es beim... Ja. Guck mal, wenn du das willst, machen wir das. Willst du. Ja. Willst du? Jetzt. Ja, und da ist alles sauer und wir beten und... Wie bitte? Ja. Guck mal, wir reden nicht über... Wir reden nicht über... Was machen wir... Bitte nachher. Das machen wir jetzt nicht. Das Gebet kommt erst danach. Ich meine, ob du Islam annehmen willst. Ach so. Ja, Gebet lernst du danach. Guck mal, selbst wenn du... Guck mal, Hauptsache erstmal im Islam drin sein. Erstmal im Islam. Und dann versuch... Natürlich, ich sag jetzt nicht, du sollst nicht beten. Du sollst auch anfangen zu beten. Ja. Aber... Also... Ja. Am Anfang, Allah weiß auch, dass das am Anfang nicht so kann. Das ist kein Problem. Deswegen üben. Lernen. Aber ich meine, ob du bezeugen willst, vom Herzen... ... Weil dann bist du Muslimin. Dann bist du vollkommen im Klumpf. Willst du? Lass dich nicht nervös machen. Wenn du willst. Also dir steht nichts im Weg zur Rettung. Warte, warte. Guck mal. Dir steht... Dir steht nichts im Weg zur Rettung jetzt. Sollen wir es machen. Hier. Komm. Komm. Komm auf die Bühne. Komm. Wir gehen hoch. Hier ist noch eine Schwester, die Islam annehmen will. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Du kannst das aber schon, glaube ich, oder? Ja, ich kann das schon. Würdest du alleine sagen? Nein, nein, nein. Okay. Okay. Jetzt richte ich mit Herzen und dann bist du dran. Das ist der erste Schritt. Ja? Okay. Und deswegen wieder an die Schwestern. Mal richtig... Mal richtig umarmen. Alhamdulillah. Mal richtig umarmen. Ja? Ja? Und wie gesagt, für dich gilt genau dasselbe. Alhamdulillah. Sie hat schon hier eine Mädchengruppe, die ihr hilft. Alhamdulillah. Da ist sie schon ein Jahr hingegangen. Eine ganze Familie. Neue Familie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aber falls es irgendwelche Probleme gibt, sagen wir ja immer.